Moin und herzlich willkommen Wir spielen ne Runde Schach auf leechesh.leechesh.org und und äh ja ich spiele uns immer auf dem Handy ich bin echt nicht gut im Schach aber mal gucken ob wir hier ne Runde gewinnen können ich habe auch null Ahnung von Eröffnung null Ahnung von Verteidigung meistens hab ich nur ne Menge Glück hm soll er doch gar nicht schlagen ne ja eigentlich will ich den F-Born nicht ziehen aber das mache ich jetzt einfach mal weil ich mal gehört habe dass man das nicht macht hm hm spiel genau so doof wie ich das immer machen Dann wollen wir mal, ja, ich kann nur an den Rand Wir könnten versuchen, wir machen das Das sollte jetzt nicht passieren Aber das ist gut Ich habe gerade keinen Plan, was ich mache Alles gut, jetzt können wir den versuchen irgendwie wegzumotivieren Einfach mal so Auch wenn dadurch der nicht mehr, der ist ja jetzt ein bisschen ungeschützt, aber passt schon Jetzt hat der nur noch Was soll der Quatsch denn jetzt? Weiß ich wirklich nicht Ich würde die jetzt da einstellen Was kann ich hier machen? Vielleicht will ich nicht Hm Wer kopiert ja alles? Der Schweinebär Ja Ja Ein bisschen offensiv mit der Dame Säure nicht mehr Ja Hab ich gar nicht gesehen Ich depp Ach Ach Er ist so Jetzt haut er den weg Ja, dumm Dumm, 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 dumm Ein mehr verloren Das kann man bestimmt gleich irgendwelche lustigen Gabeln machen Und die ich noch nicht sehe Kann ich gucken, wo er hinspringen kann Ich könnte Markierung, kann ich hier mit Werke So Mhm 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 Ob es kann ich den weg machen? Aber das nervt mich jetzt hart Ach Ja Kann ich nicht mehr Ja Ja, dann mach den Turm weg Alles gut Sind noch mega drin Und der keinen Bock den Turm wegzuziehen Der will die Dame Die schöne Dame Die schöne Dame Bist du dumm? Warte Wo kann ich hier einen Schritt zurück gehen? Also nur, dass ich mir nochmal den Zug anziehen kann Da? Nein Wo ist denn da? Ja Ja Er hat einen Baum geschlagen Okay Ja Ja Er hat einen Baum geschlagen Okay Ja Er hat einen Baum geschlagen Verstehende Sehr unkonventionelles Spiel von uns beiden Innen Dass er auch den Turm nicht mehr nimmt Vielleicht sollte ich mich einfach mal konzentrieren Ja 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 Was für... Hä? Ist der doof? Ja, und jetzt? Mach ich so. Nee. Kann nicht. Ja, mach ich. Komm. Dann kann er den nehmen. Warte, verliert er den. Ja, oder so. So. Boah, wie das Feld steht, das ist ja wohl... Riesen-Kritz. Ja. Ich glaube, er ist genauso schlecht wie ich. Okay. Okay, komm mal. Na, die auch da hin. Ich steppe. Ja, schlage ich. Schlag mich doch. Danke. Wir wissen, ob er den Lid schlägt, ob er das kann. So machen können. Kann ich immer noch. Ich werde mal nachdenken bei jedem so. Da. Dann hätte ich entweder da oder da. Außer er hätte den da hingezogen. Aber jetzt habe ich ihn vielleicht verwirrt. nicht. Ja, komm, sieh mal wieder hin. Ja, komm, sieh mal wieder hin. Krütze. Ja, danke. Äh, so. Den hätte ich nicht, weil er hätte ja den. Dumm. Jetzt ist der ungeschützt. Ich habe kein Problem, mein Fert zu öffnen. Äh, mein. Absolut. Null Probleme. Ich sage dir nichts anderes. Okay. Können die noch zurückziehen? Er soll also tunlichst vermeiden einen seiner Türen berunden zu... Ja, außer vielleicht den, ne? Ah, shit. Shit. Okay, ladies and gentlemen. Ah, shit. Vielen Dank. Eieiei, das ist immer mein Skill, den ich vorhanden nenne. Ja, was ist jetzt? Ich könnte besser so 5 Minuten Partie spielen, aber jetzt habe ich mich so auf 10 plus 5 eingeschossen. Ich könnte natürlich jetzt... Ich schlag den einfach mal unter den. Und dann mache ich so. Dann mache ich so. Erstmal so. Geht mir auf den Geist. Yes. Erstes Schach-Komplett-Video hier. Erster Sieg. Das ist doch schon mal gut, wenn wir eine Hülle des Schweiges über das Wie legen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.